der griechische Dolmetscher. In der Zeit mit meiner langen und vertrauten Bekanntschaft mit Mr. Sherlock Holmes hatte ich ihn nie von seiner Verwandtschaft und kaum einmal über sein früheres Leben sprechen hören. Diese Verschwiegenheit beförderte in mir dann und wann den irgendwie unmenschlichen Eindruck, er sei eine isolierte Erscheinung, ein Hirn ohne Herz und so sehr allen mitgefühlsbar wie an Intelligenz herausragend. Seine Aversion gegen Frauen und seine Abneigung neue Freundschaften zu schließen, waren so typisch für sein gefühlsarmes Naturell wie die völlige Unterdrückung jeden Bezugs auf seine Familie. Mit der Zeit glaubte ich, er sei eine weise ohne lebende Verwandte. Aber eines Tages begann er zu meiner Überraschung von seinem Bruder zu sprechen. Es war an einem Sommerabend nach dem Tee und die Unterhaltung, die sich oberflächlich und krampfhaft zwischen Golfclubs und dem Wechsel im System der Unregelmäßigkeiten von Sonnenfinsternissen bewegt hatte, führte schließlich zu den Fragen des Wiederauftretens von Eigenschaften entfernter Ahnen und der Vererbbarkeit von Begabungen überhaupt. Der Punkt, an dem wir uns festbissen, war, wie weit besondere Talente eines Individuums auf Vorfahren zurückgingen und wie weit sie eigenen Bemühen von Jugend an zu verdanken seien. In ihrem Fall, sagte ich, scheint es mir nach allem, was sie mir erzählt haben, doch offensichtlich, dass ihre Beobachtungsgabe und ihre besondere Fähigkeit zu Schlussfolgern auf ihr systematisches Training zurückzuführen sind. In gewisser Hinsicht, antwortete er nachdenklich, meine Vorfahren waren Landedelleute und es sieht so aus, als hätten sie ein Leben geführt, das in ihrer Klasse üblich war. Dennoch liegt mir die Entwicklung, die ich genommen habe, im Blut, ist mir möglicherweise von meiner Großmutter vererbt, der Schwester Vernetz, des französischen Künstlers. Künstlerische Veranlagungen nehmen oft die seltsamsten Formen an. Aber woher wissen sie denn, dass sie vererbt wurden? Weil mein Bruder Mycroft sie in höherem Maße besitzt als ich. Das war nun wirklich neu für mich. Wenn es in England noch einen Mann von solch außerordentlichen Fähigkeiten gab, wieso hatte es dann weder die Polizei noch die Öffentlichkeit erfahren? Ich stellte die Frage nicht ohne anzudeuten, dass es die Bescheidenheit meines Gefährten sei, die ihn seines Bruders Überlegenheit anerkennen ließ. Holmes lachte über meine Unterstellung. Mein lieber Watson, sagte er, ich stimme nicht mit jenen überein, die Bescheidenheit zu den Tugenden rechnen. Der Logiker sollte jedes Ding als das ansehen, das es ist. Und sich zu unterschätzen, bedeutet genauso, Abschied von der Wahrheit wie die eigenen Fähigkeiten zu übertreiben. Wenn ich also sage, mein Bruder Mycroft besitzt eine bessere Beobachtungsgabe als ich, dann können sie beruhigt annehmen, dass ich das wörtlich meine. Ist er jünger als Sie? Sieben Jahre älter. Wieso ist er denn unbekannt? Oh, in seinen Kreisen kennt man ihn gut. Und welche Kreise sind das? Nun, der Diogenes Club zum Beispiel. Von einem solchen Club hatte ich nie gehört. Und mein Gesicht schien das auch auszudrücken, denn Sherlock Holmes holte seine Uhr hervor. Der Diogenes Club ist der sonderbarste Club in London und Mycroft einer der sonderbarsten Menschen. Er ist immer dort zu finden, von Viertel vor fünf bis zwanzig vor acht. Jetzt ist es sechs und wenn Ihnen nach einem Bummel durch diesen wunderschönen Abend der Sinn steht, wäre ich sehr glücklich, Sie mit zwei Kuriositäten bekannt machen zu dürfen. Fünf Minuten später waren wir auf der Straße und auf dem Weg nach Regent Circus. Sie fragen sich wohl, sagte mein Gefährte, warum Mycroft seine Fähigkeiten nicht für Detektivarbeit nützt. Er ist dazu ungeeignet. Aber Sie sagten doch, ich sagte, dass er mir im Beobachten und Schlussfolgern überlegen ist. Wenn die Kunst des Detektivs damit beginnen und auch damit enden würde, von einem Sessel aus zu Schlussfolgern, wäre mein Bruder der größte Kriminalist, den es je gab. Aber er hat keinen Ehrgeiz und keine Energie. Er würde nicht einen Finger breit von seinem Weg abweichen, um seine Lösungen an der Wirklichkeit zu verifizieren und sich lieber eine falsche Auffassung nachsagen lassen, als sich der Mühe zu unterziehen, die Richtigkeit seiner Gedanken zu beweisen. Immer wieder habe ich ihm ein Problem vorgetragen und eine Erklärung erhalten, die sich hinterher als richtig herausgestellt hat. Dennoch ist er absolut unfähig, die praktischen Arbeiten zu leisten, die bewältigt werden müssen, ehe man einen Fall vor einem Richter oder eine Jury bringen kann. Dann ist das also nicht sein Beruf. Nicht im Geringsten. Was für mich den Lebensunterhalt bedeutet, ist für ihn nur das Steckenpferd eines Dilettanten. Er hat eine besondere Begabung für Zahlen und prüft in irgendeiner Regierungsbehörde die Bücher. Mycroft wohnt in der Paul Mall und jeden Morgen geht er um die Ecke in die Whitehall und denselben Weg abends wieder nach Hause. Jahr aus, Jahr ein ist das seine einzige sportliche Betätigung. Und man sieht ihn nirgendwo sonst, außer noch im Diogenes Club, der seiner Wohnung gegenüber liegt. Ich erinnere mich nicht von einem Club dieses Namens gehört zu haben. Das glaube ich Ihnen. Es gibt in London viele Männer, die aus Schüchternheit oder Misanthropie keinen Anschluss an Menschen finden wollen. Dennoch haben sie nichts gegen bequeme Sessel und die neuesten Nummern der Zeitschriften. Zu ihrer Annehmlichkeit ist der Diogenes Club gegründet worden. Und in ihm versammeln sich nur die ungeselligsten und am wenigsten für ein Clubleben geeigneten Männer der Stadt. Keinem Mitglied ist es erlaubt, auch nur im geringsten Notiz von einem anderen zu nehmen. Außer im Raum für Gäste sind Gespräche unter keinen Umständen erlaubt. Und drei Verstöße gegen dieses Gesetz, wenn sie dem Komitee bekannt werden, machen den Betroffenen reif für den Ausschluss. Mein Bruder ist einer der Gründer des Clubs und ich habe die Atmosphäre dort als sehr angenehm empfunden. Unter diesem Gespräch kamen wir von St. James hier in die Paul Mall. Sherlock Holmes hielt, nicht weit vom Kartenklapp entfernt, an einer Haustür und trat in die Halle, nachdem er mich zu sprechen gewarnt hatte. Durch die verglaste Tür konnte ich einen Blick in einen großen, luxuriösen Raum werfen, in dem eine beträchtliche Anzahl von Männern herumsaß und Zeitung las, jeder in seinem Winkel. Holmes führte mich in einen kleineren Raum, das Gästezimmer, dessen Fenster auf die Paul Mall schauten, ließ mich dort für eine Minute allein und kam dann in Begleitung eines Mannes zurück, der nur sein Bruder sein konnte. Mycroft Holmes war gedrungen und viel größer als Sherlock. Sein Körper war korpulent, doch sein Gesicht, obwohl auch massig, hatte etwas von der Ausdrucksschärfe bewahrt, die das seines Bruders so bemerkenswert machte. Die eigentümlich wässrig-graufarbenen Augen schienen beherrscht von dem Geistesabwesenden, nach innen gerichteten Blick, den ich bisher nur bei Sherlock beobachtet hatte, wenn er alle seine Kräfte anspannte. Ich freue mich, sie kennenzulernen, Sir, sagte er und streckte mir eine breite, flache Hand entgegen, die wie die Flosse eines Seehuhns aussah. Seit sie Sherlock's Biograph geworden sind, höre ich überall von ihm. Übrigens habe ich dich letzte Woche erwartet. Du wolltest doch mit mir den Mainer-Haus-Fall besprechen. Mir war, als überstiege er ein bisschen deine Kräfte. Nein, ich habe ihn gelöst, sagte mein Freund lächelnd. Es war natürlich Adams, oder? Ja, es war Adams. Dessen war ich mir von Anfang an sicher. Die beiden setzten sich an das Erker-Fenster des Gästezimmers. Das ist der ideale Ort für jeden, der die Menschen studieren will, sagte Mycroft. Sieh dir nur diese großartigen Typen an. Die beiden Männer zum Beispiel, die auf uns zukommen. Der Markör und der andere? Eben die. Was denkst du von dem anderen? Die beiden Männer waren dem Fenster gegenüber stehen geblieben. Ein bisschen Kreidestaub oberhalb der Westentasche war für mich das Einzige, das auf Billard hinwies. Der neben dem Markör war ein sehr kleiner, dunkel gekleideter Bursche. Er hatte den Hut in den Nacken geschoben und trug unterm Arm verschiedene Pakete. Ein alter Soldat, würde ich sagen, bemerkte Sherlock. Und erst kürzlich demobilisiert, fügte der Bruder hinzu. Wie ich sehe, hat er in Indien gedient. Als Unteroffizier. Royal Atulery nehme ich an, sagte Sherlock. Und verwitwet. Hat aber ein Kind. Kinder, mein Junge, Kinder. Genug jetzt, sagte ich lachend. Das geht ein bisschen zu weit. Es ist doch nichts dabei, antwortete Holmes, wenn man einen sonnenverbrannten Mann mit zur schau getragener Autorität als seinen Soldaten erkennt, der mehr als sein Gemeiner war und vor kurzem aus Indien gekommen ist. Dass er noch nicht lange von der Truppe weg ist, beweist. Er trägt noch immer die Kommissstiefel, stellte Mycroft fest. Er war nicht bei der Kavallerie, aber er trug den Hut schief auf dem Kopf, was man daran erkennt, dass die eine Seite der Stirn heller geblieben ist. Er ist ein Leichtgewicht und das spricht dagegen, dass er ein Sapeur war. Also hat er bei der Artillerie gedient. Seine Trauerkleidung spricht dafür, dass er einen nahestehenden Menschen verloren hat. Und da er selber einkaufen geht, sieht es so aus, als ob es seine Frau war. Er hat Sachen für Kinder gekauft. Sehen Sie, die Klappe? Das deutet darauf hin, dass eines noch sehr klein ist. Ich fing an zu begreifen, was mein Freund gemeint hatte, als er sagte, sein Bruder besitze eine sogar noch schärfere Beobachtungsgabe als er. Er schaute zu mir herüber und lächelte. Mycroft nahm eine Prise Schnupftabak aus einer Schildpattdose und wischte sich die heruntergefallenen Stäubchen mit einem großen rotseidenen Taschentuch vom Rock. Übrigens, Sherlock, sagte er, ich habe da etwas ganz nach deinem Herzen. Ein äußerst ungewöhnliches Problem, das man meinem Urteil anheim gestellt hat. Ich bringe nicht die Energie auf mich der Sache zu widmen. Ich täte es ohnehin nur halbherzig. Aber sie hat mir zu einigen angenehmen Spekulationen verholfen. Wenn du die Fakten hören möchtest, mein lieber Mycroft, es wäre mir ein Vergnügen. Der Bruder schrieb etwas auf ein Blatt aus seinem Notizbuch, klingelte und gab es dem Kellner. Ich habe Mr. Mählers gebeten, herzukommen, sagte er. Er wohnt eine Etage über mir. Wir sind flüchtig miteinander bekannt und das hat ihn bewogen, sich in seiner Bestürzung an mich zu wenden. Mr. Mählers ist, und ein hervorragender Sprachkenner. Er verdient seinen Unterhalt zum Teil als Dolmetscher bei Gericht, zum Teil als Fremdenführer für wohlhabende Orientalen, die in den Hotels in der North Sumberland Street absteigen. Aber ich glaube, ich überlasse es besser, ihm seine bemerkenswerten Erlebnisse zu erzählen. Wenige Augenblicke später gesellte sich ein kleiner, kräftig gebauter Mann zu uns, dessen olivfarbenes Gesicht und kohlschwarzes Haar den Südländer auswiesen, wenn er auch wie ein gebildeter Engländer sprach. Er schüttelte Sherlock Holmes heftig die Hand und seine Augen funkelten vor Vergnügen, als er erfuhr, der Spezialist sei begierig, seine Geschichte zu hören. »Ich glaube nicht, dass die Polizei mir dieses Erlebnis abnehmen wird. Nein, wirklich nicht«, sagte er mit klagender Stimme. »Weil sie noch nie so etwas gehört haben, denken sie, es gibt so etwas nicht. Aber ich werde nicht mehr mit leichtem Herzen leben, ehe ich nicht weiß, was aus dem armen Mann mit dem Pflaster im Gesicht geworden ist. »Ich bin ganz ohr«, sagte Sherlock Holmes. »Heute ist Mittwoch«, sagte Mr. Mählers. Also war es Montag Abend, erst vor zwei Tagen, verstehen Sie, als das passierte. Ich bin Dolmetscher, wie Ihnen mein Nachbar vielleicht bereits erzählt hat. Ich dolmetsche in allen Sprachen oder doch in fast allen. Aber da ich Grieche von Geburt bin, fühle ich mich dieser Sprache besonders verbunden. Seit vielen Jahren bin ich der wichtigste Grieche Stolmetscher in London und mein Name ist in den Hotels sehr bekannt. Nicht selten schickt man zu ungewöhnlicher Zeit nach mir. In Schwierigkeiten geratene Fremde oder Reisende, die spät angekommen sind, benötigen meine Dienste. Deshalb war ich nicht überrascht, als am Montag Abend ein Mr. Lettimer, ein sehr schick gekleideter junger Mann in meiner Wohnung erschien und mich bat ihn in einer Kutsche, die vor der Tür stand, zu begleiten. Ein griechischer Freund sei geschäftehalber zu ihm gekommen und die Dienste eines Dolmetschers seien unumgänglich, da der Fremde nichts als seine Muttersprache spreche. Er gab mir zu verstehen, sein Haus liege ziemlich weit entfernt, in Kensington, und er schien in großer Eile zu sein, denn er schob mich schnell in die Droschke, als wir auf die Straße traten. Ich sage in eine Droschke, aber mir kamen bald Zweifel, ob es nicht eine private Equipage war, in der ich mich befand. Der Wagen war geräumiger als die gewöhnlichen Londoner Rumpelkisten, und die Ausstattung, obwohl abgenutzt, zeugte von gediegenem Reichtum. Mr. Lettimer und dann die Sheftsbury Avenue hinunter. Als wir die Oxford Street erreicht hatten, wagte ich die Bemerkung, dass wir uns auf einem Umweg nach Kensington befänden. Doch ich stockte, weil ich das seltsame Gebaren meines Gefährten bemerkte. Er zog einen bleigefüllten Totschläger aus der Tasche und ließ ihn einige Male hin- und herschnellen, so, als prüfe er Gewicht und Schlagkraft. Dann legte er ihn wortlos neben sich auf dem Sitz. Danach schloss er auf beiden Seiten die Fenster und zu meinem Erstaunen sah ich, dass die Scheiben mit Papier beklebt waren, als ob verhindert werden sollte, dass ich einen Blick nach draußen warf. Es tut mir leid, Ihnen die Aussicht nehmen zu müssen, Mr. Mählers, sagte er, aber mir ist nicht daran gelegen, dass Sie Weg dorthin wieder fänden. Wie Sie sich vorstellen können, verblüffte mich diese Anrede vollends. Mein Begleiter war ein starker, breitschultriger, junger Bursche, und ich hätte, von der Waffe abgesehen, in einem Kampf gegen ihn nicht die geringste Chance gehabt. Das ist ein seltsames Benehmen, Mr. Lettimer, stotterte ich. Wissen Sie, dass das ungesetzlich ist, was Sie da tun? Ich habe mir eine Art Freiheit herausgenommen, sagte er, aber wir werden Ihre Dienste reichlich vergelten. Doch ich muss Sie warnen, Mr. Mählers, wenn Sie im Verlauf dieser Nacht ein einziges Mal Alarm schlagen oder etwas unternehmen, das nicht in meinem Interesse liegt, werden Sie zu spüren bekommen, wie ernst ich es meine. Halten Sie sich bitte vor Augen, dass niemand weiß, wo Sie sind und dass Sie sich, ob in der Kutsche oder im Haus, in meiner Gewalt befinden. Er sprach ruhig, aber weil er so krächzte, klangen die Worte drohend. Ich saß still und fragte mich, was um alles in der Welt der Grund für diese außergewöhnliche Entführung sein mochte. Aber worum es sich auch handelte, mir wurde völlig klar, dass es nutzlos sei, mich zu widersetzen. Ich konnte nur abwarten. Wir fuhren fast zwei Stunden, ohne dass ich den mindesten Anhalt bekam, wohin die Reise ging. Manchmal deutete das Rasseln daraufhin, dass wir über eine gepflasterte Straße fuhren, manchmal die sanfte, ruhige Fahrt auf Asphalt schließen. Aber abgesehen von den sich ändernden Geräuschen gab es nichts, was mich auch nur im entferntesten vermuten lassen konnte, wo wir uns befanden. Das Papier auf den Fenstern war lichtundurchlässig und vor der Vorderscheibe hing ein blauer Vorhang. Viertel nach sieben waren wir aus der Polmall abgefahren und ein Blick auf meine Uhr zeigte mir, dass es zehn von neun war, als wir schließlich anhielten. Mein Begleiter ließ ein Fenster herunter und ich konnte einen Blick auf einen niedrigen gewölbten Toreingang werfen, über dem eine Lampe brannte. Das als ich aus der Kutsche stieg. Und ehe ich das Haus betrat, bot sich mir die Gelegenheit, einen flüchtigen Eindruck von einem Rasen und von Bäumen, die rechts und links von mir standen, zu gewinnen. Ob das Land Privatbesitz war oder öffentliches Eigentum, ist mehr, als ich sagen kann. Drinnen brannte eine gefärbte Gaslampe, doch sie war so niedrig gedreht, dass ich wenig von der Halle erkannte. Ich bemerkte nur, dass sie ziemlich groß war und dass Bilder an den Wänden hingen. Im schwachen Licht konnte ich ausmachen, dass die Person, die das Tor geöffnet hatte, ein kleiner, schäbig aussehender Mann mittleren Alters mit runden Schultern war. Als er sich uns zuwandte, fiel mir am Widerschein des Lichts auf, dass er eine Brille trug. Ist das Mr. Mählers, Harold? fragte er. Ja. Gut gemacht, gut gemacht. Hoffentlich sind Sie nicht böse, Mr. Mählers, aber wir kommen ohne Sie nicht aus. Wenn Sie ehrlich mit uns zusammenarbeiten, soll es ihr schade nicht sein. Aber Gott stehe Ihnen bei, wenn Sie uns austricksen wollen. Er sprach stoßweise und nervös und mischte einige kurze Lacher in seiner Rede. Aber irgendwie flößte er mir mehr Furcht ein als der andere. Was wollen Sie von mir? fragte ich. Sie sollen nur einem griechischen Gentleman, der bei uns zu Besuch weilt, einige Fragen stellen und uns die Antworten übermitteln. Aber sagen Sie nicht mehr, als man ihnen aufträgt. Wieder lachte er nervös. Oder Sie wären besser nicht geboren. Während er sprach, öffnete er eine Tür und wies den Weg in ein anscheinend reich möbliertes Zimmer. Doch wieder brannte nur eine einzelne Lampe mit halber Kraft. Das Zimmer war sicherlich groß und als ich es durchquerte, merkte ich kurieus es eingerichtet sein musste. Schwach zeichneten sich samtbezogene Sessel ab, ein hoher Kaminsims aus weißem Marmor und an einer Wand etwas, das wie eine japanische Rüstung aussah. Unter der Lampe stand ein Stuhl und der ältere Mann wies mich mit einer Handbewegung an, darauf Platz zu nehmen. Der Jüngere hatte uns verlassen, erschien aber plötzlich wieder durch eine andere Tür. Er führte einen Herrn, der in einer Art von lose fallendem Hausmantel gekleidet war und sich langsam auf uns zubewegte. Als er in den Kreis gedämpften Lichts trat und ich ihn deutlicher wahrnahm, erschrak ich bis ins Herz über sein Aussehen. Er war totenbleich und furchtbar abgemagert und hatte die vorgewölbten glänzenden Augen eines Mannes, dessen geistige Kräfte die des Körpers übersteigen. Aber was mich mehr betroffen machte als die Anzeichen von körperlicher Schwäche war, dass sein Gesicht kreuz und quer mit Pflaster beklebt war und dass ihm ein breiter Streifen den Mund verschloss. Hast du die Schiefertafel, Harold, rief der ältere Mann, als das seltsame Geschöpf auf einen Stuhl eher sank, als dass es sich setzte. Sind seine Hände frei? Dann gib ihm den Griffel. Sie werden Fragen stellen, Mr. Mählers, und er wird die Antwort aufschreiben. Fragen Sie ihn zuerst, ob er bereit ist, die Papiere zu unterzeichnen. Die Augen des Mannes sprühten Feuer. Nie, schrieb er in Griechisch auf die Tafel. Unter keinen Bedingungen, fragte ich auf Anweisung unseres Tyrannen. Nur wenn sie in meiner Gegenwart von einem griechischen Priester, den ich kenne, verheiratet wird. Der Mann lachte boshaft. Sie wissen, was sie sonst erwartet? Ich frage nicht nach meinem Schicksal. Das sind Beispiele von den Fragen und den Antworten unserer eigenartigen halbgesprochenen, halbgeschriebenen Konversation. Immer wieder musste ich ihn fragen, ob er nachgeben und das Dokument unterzeichnen wolle. Und immer wieder bekam ich dieselbe entrüstete Antwort. Dann hatte ich einen glücklichen Einfall. Ich ging dazu über, jeder Frage einen eigenen kleinen Satz anzuhängen. Erst harmlose, um herauszubekommen, ob einer der beiden etwas verstand, und dann, als ich keine Anzeichen dafür wahrnahm, ging ich zu einem gefährlicheren Spiel über. Unser Gespräch verlief danach ungefähr so. Mit ihrer Widersetzlichkeit erreichen sie nichts. Wer sind sie? Das ist mir gleich. Ich bin fremd in London. Sie haben sich ihr Schicksal selber zuzuschreiben. Seit wann sind sie hier? Das kümmert mich nicht. Seit drei Wochen. Das Vermögen können sie nie behalten. Was fehlt ihnen? Ich verhandele nicht mit Schurken. Sie lassen mich hungern. Sie sind frei, wenn sie unterzeichnen. In welchem Haus befinden wir uns? Ich unterzeichne nie. Ich weiß es nicht. Ihr erweisen sie damit keinen Dienst. Wie heißen sie? Das soll sie mir sagen. Kratides. Sie werden sie sehen, wenn sie unterzeichnet haben. Woher kommen sie? Dann werde ich sie nie sehen. Aus Athen. Noch fünf Minuten, Mr. Holmes, und ich hätte vor ihrer Nase die ganze Geschichte herausbekommen. Schon mit der nächsten Frage hätte ich die Angelegenheit klären können, aber da ging plötzlich die Tür auf und eine Frau betrat den Raum. Ich sah sie nicht deutlich genug, um mehr sagen zu können, als dass sie groß und anmutig war, schwarzes Haar hatte und ein weites weißes Gewand trug. Harold, sagte sie. Sie sprach gebrochen Englisch. Ich mochte nicht länger draußen bleiben. Da oben ist es so einsam und... Mein Gott, das ist ja Paul. Diese letzten Worte sagte sie auf Griechisch und demselben Moment riss sich der Mann mit einer krampfhaften Anstrengung das Pflaster vom Mund, schrie Sophie, Sophie und stürzte in die Arme der Frau. Ihre Umarmung indes wehrte nur einen Augenblick, denn der jüngere Mann ergriff die Frau und stieß sie aus dem Zimmer, während der ältere sein geschwächtes Opfer leicht überwältigte und durch die andere Tür hinaus zerrte. Für kurze Zeit war ich allein gelassen und ich sprang auf in der Wagenhoffnung, ich könnte irgendwie dahinter kommen, in was für einem Haus ich mich befand. glücklicherweise hatte ich noch keinen Schritt getan, als ich den älteren Mann in der Tür stehen sah, den Blick auf mich gerichtet. Das genügt, Mr. Meles, sagte er. Wie Sie bemerkt haben, sind Sie von uns in einer höchst privaten Angelegenheit ins Vertrauen gezogen worden. Wir hätten Sie nicht damit belästigt, wenn ich ein Freund von uns, der Griechisch spricht und diese Verhandlungen begonnen hat, gezwungenermaßen in den Osten zurückkehren musste. Also war es nötig, jemanden zu finden, der statt seiner dolmetscht und glücklicherweise hörten wir von ihren Fähigkeiten. Ich verbeugte mich. Hier sind fünf Sovereigns, sagte er, indem er auf mich zukam, die, wie ich hoffe, als Honorar ausreichen. Aber denken Sie daran, fügte er hinzu, stieß mich leicht gegen die Brust und lachte nervös, wenn Sie einer Menschenseele etwas verraten, auch nur einer einzigen, dann möge Gott sich ihrer armen Seele erbarmen. Ich kann Ihnen den Abscheu und die Angst nicht beschreiben, die dieser unbedeutend aussehende Mann in mir auslöste. Jetzt, da das Licht der Lampe auf ihn fiel, sah ich ihn deutlicher. Sein Gesicht war blass, sein Bart ungepflegt. Wenn er sprach, schob er den Kopf vor und seine Augenlider und seine Lippen zuckten ununterbrochen, als hätte er den Feiztanz. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass auch das seltsame kurze Lachen Symptom eines Nervenleidens sei. Der Schrecken, den sein Gesicht ausströmte, lag in seinen Augen, die stahlgrau waren und kalt blickten und in deren Tiefen eine böse, unerbittliche Grausamkeit lauerte. Ich erfahre es, wenn sie über ihr Erlebnis sprechen, sagte er. Wir haben unsere eigenen Methoden, uns zu informieren. Die Kutsche wartet und mein Freund wird sie auf den Weg bringen. Man trieb mich durch die Halle und in den Wagen und wieder konnte ich einen kurzen Blick auf Bäume und einen Garten werfen. Mr. Lettimer folgte mir auf den Fersen und wortlos nahm er mir gegenüber Platz. Schweigend legten wir eine nicht abzuschätzende Strecke zurück, bis die Kutsche schließlich kurz nach Mitternacht anhielt. Sie steigen hier aus, Mr. Meles, sagte mein Begleiter. Es tut mir leid, sie so weit entfernt von ihrer Wohnung absetzen zu müssen, aber mir bleibt keine andere Wahl. Jeder versucht, dem Wagen zu folgen, kann nur Böse für sie enden. Er öffnete den Schlag, während er das sagte, und ich hatte kaum Zeit abzuspringen, als der Kutsche auch schon das Pferd mit der Peitsche bearbeitete und das Gefährt davon rasselte. Verwundert blickte ich um mich. Ich stand auf einer Art Gemeindeweide, auf der überall Stechginsterbüsche wuchsen. In der Ferne sah ich die Silhouette einiger Häuser, in denen hier und da Licht brannte. Auf der anderen Seite erblickte ich die roten Signallampen der Eisenbahn. Die Kutsche war bereits außer Sicht. Da stand ich nun und schaute umher und fragte mich, wo ich wohl sein mochte, als aus dem Dunkel eine Gestalt auf mich zukam. Bald erkannte ich, dass es ein Eisenbahner war. Können Sie mir sagen, wo ich bin? fragte ich. Hier ist Wandsworth, sagte er. Bekomme ich von hier aus einen Zug nach London? Wenn Sie ungefähr eine Meile gehen bis Clapham Junction, antwortete er, erwischen Sie gerade noch den letzten Zug zur Victoria Station. Das war also das Ende meines Abenteuers, Mr. Holmes. Ich weiß weder, wo ich gewesen bin, noch mit wem ich gesprochen habe. Ich weiß überhaupt weiter nichts als das, was ich ihnen erzählt habe. Aber ich weiß, dass ein übles Spiel im Gang ist und ich möchte dem unglücklichen Mann helfen. Am nächsten Morgen habe ich Mr. Mycroft Holmes über alles berichtet und bin danach zur Polizei gegangen. Nachdem wir die Erzählung angehört hatten, saßen wir eine Weile schweigend da. Dann blickte Sherlock seinem Bruder an. Hast du irgendetwas eingeleitet? fragte er. Mycroft nahm ein Exemplar der Daily News von einem Tischchen. Wer näheres über den Aufenthalt eines griechischen Herrn namens Paul Kratides aus Athen, der des Englischen nicht mächtig ist, mitteilen kann, erhält eine Belohnung. Das Gleiche wie etwas über eine griechische Dame mit dem Vornamen Sophie weiß. X 24 73 Das hat in allen Tageszeitungen gestanden. Keine Antwort. Und was ist mit der griechischen Gesandtschaft? Da habe ich nachgefragt. Man weiß nichts. Dann müssen wir ein Telegramm an das Polizeipräsidium von Athen schicken. Sherlock hat alle Energie der Familie geerbt, sagte Mycroft zu mir. Nun jedenfalls wirst du den Fall aufnehmen. Lass mich wissen, wenn du Erfolg hast. Bestimmt, antwortete mein Freund und erhob sich. Ich gebe dir Bescheid, auch Mr. Mählers. In der Zwischenzeit Mr. Mählers bliebe ich an ihrer Stelle auf der Hut, denn sie wissen jetzt natürlich durch die Anzeige, dass sie sie hintergangen haben. Auf dem Weg nach Hause gab Holmes in einem Telegrafenbüro verschiedene Depeschen auf. Sie sehen, Abend war keineswegs verschwendet. An mehrere meiner interessantesten Fälle bin ich auf diese Weise über Mycroft gekommen. Das Problem, das uns soeben vorgetragen worden ist, zeichnet sich durch einige interessante Züge aus. Glauben sie, sie werden es lösen können? Nun, nach dem, was wir bereits wissen, wäre es in der Tat bemerkenswert, wenn wir nicht noch den Rest heraus bekämen. Aber sie müssen sich doch auch schon eine Erklärung für die gehörten Fakten zurecht gelegt haben. Eine recht unbestimmte. Und? Was denken sie? Mir scheint offensichtlich, dass dieses griechische Mädchen von dem jungen Engländer mit Namen Harold Letimer entführt worden ist. Entführt? Von wo entführt? Vielleicht aus Athen? Sherlock Holmes schüttelte den Kopf. Dieser junge Mann kann nicht ein Wort griechisch. Die Dame spricht ganz gut Englisch. Daraus ist zu schließen, dass sie seit einiger Zeit in England weilt, er aber nicht in Griechenland war. Nun, dann nehmen wir an, dass sie auf einen Besuch nach England reiste und dass dieser Harold sie überredet hat, mit ihm zu fliehen. Das ist wahrscheinlicher. Dann kommt der Bruder. Ich nehme an, so ist ihre Verwandtschaftsbeziehung, aus Griechenland und mischt sich ein. Er begibt sich unvorsichtig in die Gewalt des jungen Mannes und seines älteren Verbündeten. Die beiden versuchen ihn mit Gewalt dazu zu bringen, ein Papier zu unterzeichnen, wodurch das Vermögen des Mädchens, dessen Treuhänder er vielleicht ist, an sie übergeht. Er weigert sich. Um mit ihm verhandeln zu können, müssen sie einen Dolmetscher besorgen und sie verfallen auf Mr. Mählers, nachdem sie es bereits mit einem anderen versucht haben. Das Mädchen weiß nichts von der Anwesenheit ihres Bruders und bekommt es durch puren Zufall heraus. Ausgezeichnet, Wurzen, rief Homs. Ich glaube, sie sind nicht weit weg von der Wahrheit. Sie nur einen plötzlichen Gewaltakt von der anderen Seite befürchten. Wenn sie uns Zeit lassen, können wir sie fassen. Aber wie finden wir heraus, wo das Haus liegt? Nun, wenn unsere Annahme stimmt und der Name des Mädchens Sophie Kratides ist oder war, dürfte es uns keine Schwierigkeiten bereiten, auf ihre Spur zu kommen. Darin vor allem steckt unsere Hoffnung. Denn der Bruder ist unbekannt. Es liegt auf der Hand, dass einige Zeit vergangen ist, seit dieser Herald das Mädchen an sich gebunden hat. Auf jeden Fall sind es einige Wochen, da der Bruder in Griechenland erst davon erfahren musste, ehe er herüberkam. Wenn sie während dieser Zeit in jenem Haus gewohnt haben, ist es wahrscheinlich, dass wir auf Mycrofts Inserat eine Antwort bekommen werden. Über dieses Gespräch erreichten wir unser Haus in der Baker Street. Holmes ging als erster die Treppe hinauf und als er die Zimmertür öffnete, prallte er vor Überraschung zurück. Als ich über seine Schulter sah, war ich ebenso erstaunt. Sein Bruder Mycroft saß im Sessel und rauchte. Komm rein, Sherlock, kommen sie herein, Sir, sagte er freundlich und lächelte über unsere erstaunten Gesichter. So viel Energie hattest du mir wohl nicht zugetraut, Sherlock, aber der Fall zieht mich irgendwie an. Wie bist du denn hereingekommen? Ich habe euch in einem Handsome überholt. Gibt es etwas Neues? Ich habe eine Antwort auf das Inserat erhalten. Ah, sie kam kaum dass ihr fort wart. Und was besagt sie? Hier ist der Brief, sagte er, mit einer Leihfeder auf Hand geschöpft Bütten geschrieben. Von einem Mann mittleren Alters mit schwächlicher Konstitution. Sir, heißt es. In Antwort auf ihr Inserat vom heutigen Tag möchte ich sie davon in Kenntnis setzen, dass ich die fragliche junge Dame sehr gut kenne. Wenn sie mich aufsuchen könnten, wäre ich in der Lage, ihnen Einzelheiten über ihr beklagenswertes Schicksal mitzuteilen. Sie wohnt im Haus zu den Myrten im Beckenham. Ihr ergebener G. Davenport. Er schreibt aus Lower Brixton, sagte Mycroft Holmes. Sollten wir uns nicht sofort dorthin begeben, Sherlock, und die Einzelheiten zu erfahren suchen? Mein lieber Mycroft, das Leben des Bruders ist wertvoller als die Geschichte der Schwester. Ich denke, wir sollten bei Inspektor Gregson in Scotland Yard vorsprechen und mit ihm nach Beckenham fahren. Wir wissen, dass ein Mann mit Tod bedroht wird, und jede Stunde kann wichtig sein. Wir sollten unterwegs Mr. Mählers mitnehmen, schlug ich vor. Vielleicht brauchen wir einen Dolmetscher. Ausgezeichnet, sagte Sherlock Holmes. Der Diener soll eine Kutsche besorgen, wir schlugte er als Antwort auf meinen Blick. Nach allem, was wir gehört haben, würde ich meinen, wir haben es mit einer besonders gefährlichen Bande zu tun. Es war schon fast dunkel, als wir bei Mr. Mählers in der Pall Mall ankamen. Ein Herr hatte ihn aufgesucht und er war mit ihm soeben aus dem Haus gegangen. Können Sie mir sagen, wohin? fragte Mycroft Holmes. Ich weiß nicht, Sir, antwortete die Frau, die die Tür geöffnet hatte. Ich weiß nur, dass er mit dem Herrn in einer Kutsche weggefahren ist. Hat der Herr seinen Namen genannt? Nein, Sir. War es vielleicht ein großer, hübscher, dunkelhaariger Mann? Oh nein, Sir, es war ein kleiner Herr mit Brille und schmalem Gesicht und er war sehr heiter, denn er lachte wird ernst, stellte er fest, während wir nach Scotland Yard fuhren. Diese Leute haben sich wieder Mr. Mählers bemächtigt. Er besitzt nicht viel Mut, wie die Montagnacht erwiesen hat. Der Schurke konnte ihn durch seine bloße Gegenwart terrorisieren. Zweifellos brauchen sie wieder seine Dienste und sie könnten ihn auch bestrafen wollen für das, was sie als seinen Verrat ansehen. Unsere Hoffnung bestand darin, dass wir, wenn wir den Zug nahmen, gleichzeitig mit der Kutsche oder noch vor ihr in Beckenham sein würden. In Scotland Yard jedoch dauerte es länger als eine Stunde, ehe wir Inspektor Gregson fanden und die gesetzliche Handhabe erhielten, die erlaubte, das Haus zu betreten. Es war Viertel vor Zehn, ehe wir London Bridge erreichten und halb elf, als wir vier in Nach einer Fahrt von einer halben Meile befanden wir uns vor einem Haus mit dem Namen zu den Myrten, einem großen dunklen Gebäude, das ein Stück ab von der Landstraße lag. Wir entließen die Droschke und gingen gemeinsam über den Fahrweg auf das Haus zu. Die Fenster sind alle dunkel, bemerkte der Inspektor. Das Haus scheint verlassen. Die Vögel sind ausgeflogen. Das Nest ist leer, sagte Holmes. Woher wissen Sie das? Während der letzten Stunde ist ein mit Gepäck schwer beladener Wagen herausgefahren. Der Inspektor lachte. Die Radspuren habe ich im Licht der Lampe am Tor gesehen. Aber wie kommen sie auf Gepäck? Möglicherweise haben sie auch die zum Haus hinführenden Radspuren entdeckt. Die vom Haus wegführen sind sehr viel tiefer. So tief, dass ich mit Gewissheit sagen kann, der Wagen war erheblich belastet. Das geht ein bisschen über mein Fassungsvermögen, sagte der Inspektor und zuckte die Achseln. Die Tür wird nicht leicht zu knacken sein, aber wir wollen versuchen, ob uns nicht doch jemand hört. Er hämmerte laut mit dem Klopfer gegen die Tür und zog an der Glocke, aber ohne Erfolg. Holmes hatte Ich habe ein Fenster geöffnet, sagte er. Gott sei Dank, dass Sie auf der Seite der Polizei stehen und nicht auf der anderen Seite Mr. Holmes, bemerkte der Inspektor, als er begutachtete, wie geschickt mein Freund es angestellt hatte, dass die Fensterriegel zurückgeschnappt waren. Nun, ich glaube, dass wir unter diesen Umständen eintreten sollten, auch ohne eingeladen zu sein. Einer nach dem anderen stiegen wir in einen großen Raum. Augenscheinlich war es der, in dem Mr. Mählers sich befunden hatte. Der Inspektor hatte seine Laterne angezündet und in ihrem Licht sahen wir die beiden Türen, den Vorhang, die Lampe, die japanische Rüstung, die Mr. Mähler beschrieben hatte. Auf dem Tisch standen zwei Gläser und eine leere Konjak Flasche und die Reste eines Mahls. Was ist das? fragte Holmes plötzlich. Wir hielten den Atem an und lauschten. Ein leises Stöhnen kam von irgendwo über unseren Köpfen. Holmes stürzte zur Tür und hinaus in die Halle. Das schreckliche Geräusch drang aus dem oberen Stockwerk. Er jagte hinauf, der Inspektor und ich blieben ihm auf den Fersen, während sein Bruder Mycraft so schnell folgte, wie es ihm seine Leibesfülle erlaubte. Oben sahen wir uns drei Türen gegenüber, die unheil verkündenden, manchmal zu dumpfen Murmeln herabsinkenden, dann wieder in schrilles Wimmern übergehenden Laute kamen aus dem Zimmer hinter der mittleren Tür. Sie war verschlossen, aber der Schlüssel steckte außen. Holmes riss die Tür auf und stürzte hinein, war aber im nächsten Augenblick wieder draußen, die Hände an der Kehle. Es ist Holzkohle, rief er, abwarten, der Rauch wird sich verziehen. Wir späten hinein und sahen, dass das einzige Licht von einer trüben blauen Flamme ausging, die auf einem bronzenen Dreifuß in der Mitte des Zimmers flackerte. Sie warf einen geisterhaften Lichtkreis auf den Fußboden. Im Schatten konnten wir die verschwimmenden Umrisse zweier Gestalten ausmachen, die sich gegen die Wand drängten. Und durch die offene Tür zog ein furchtbarer Gestank, der den Atem benahm und uns zum Husten brachte. Holmes rannte ein paar Stufen höher, um frische Luft zu schöpfen. Dann drang er wieder in das Zimmer ein, riss das Fenster auf und warf den Dreifuß hinunter in den Garten. Noch eine Minute, dann können wir hinein, keuchte er, als er heraustaumelte. Wo ist deine Kerze? Ich glaube nicht, dass wir in dieser Luft ein Streichholz anzünden können. Bleibt mit dem Licht an der Tür stehen, Mycroft, wir holen sie raus. Jetzt! Mit einem Satz waren wir bei den vergifteten Männern und schleppten sie hinaus auf den Treppen Absatz. Beide hatten blaue Lippen, geschwollene, blut unterlaufene Gesichter und hervorquellende Augen und waren bewusstlos. Ihre Züge waren so entstellt, dass wir, wären nicht der schwarze Bart und die gedrungene Figur gewesen, in einer der Personen fast nicht den griechischen Dolmetscher wiedererkannt hätten, der sich erst einige Stunden zuvor im Diogenes Club von uns verabschiedet hat. Seine Hände und Füße waren fest zusammengebunden und über einem Auge trug er das Mal von einem wütend geführten Schlag. Der andere, gleichfalls gefesselt, war ein hochgewachsener Mann im letzten Stadium des Verhungerns, auf dessen Gesicht Pflasterstreifen ein groteskes Muster bildeten. Als wir ihn niederlegten, hörte er auf zu stöhnen und ein Blick belehrte mich, dass unsere Hilfe für ihn zu spät gekommen war. Aber Mr. Mählers lebte noch und nach einer Stunde konnte ich befriedigt feststellen, dass er seine Augen aufschlug. Mit Hilfe von Ammoniak und Kognak hatte ich ihn vor dem dunklen Tal zurückgerissen, auf das alle Wege zulaufen. Es war eine sehr einfache Geschichte, die er zu erzählen hatte, und dazu eine, die unsere Schlussfolgerungen bestätigte. Als der Besucher in seiner Wohnung erschienen war, hatte er einen Totschläger aus dem Ärmel gezogen und ihm auf diese Weise Furcht vor einem augenblicklichen und unausweichlichem Tod eingejagt, sodass die Entführung ein zweites Mal gelang. In der Tat war es fast ein messmerischer Effekt, den der nervös lachende Schurke in dem sprachkundigen Mann auslöste, denn der konnte jetzt noch nicht von ihm sprechen, ohne dass ihm die Hände zitterten und das Gesicht erbleichte. Er war in aller Eile nach Beckenham gebracht worden und hatte bei einer zweiten Unterredung dolmetschen müssen, die sich noch dramatischer gestaltete als die erste und in der die beiden Engländer ihrem Gefangenen mit sofortigem Tod drohten, wenn er ihren Forderungen nicht entspreche. Schließlich, als er sich gegen jede ihrer Drohungen immun erwies, warfen sie ihn wieder in sein Gefängnis. Dann hielten sie Melas den Verrat vor, den er Inserat begangen habe, und schlugen ihn mit einem Stock nieder. Er wusste nicht, was von da ab bis zu dem Moment, als wir uns über ihn beugten, geschehen war. Das also war der außergewöhnliche Fall des griechischen Dolmetschers, bei dessen Erklärung man noch immer auf Geheimnisse stößt. Indem wir uns mit dem Herrn, der auf das Inserat geschrieben hatte, in Verbindung setzten, konnten wir herausfinden, dass die unglückliche junge Dame einer reichen griechischen Familie entstammte und dass sie Freunde in England besucht hatte. Hier begegnete sie einem jungen Mann mit Namen Harold Letimer, der starken Einfluss auf sie ausübte und sie überreden konnte, mit ihm zu fliehen. Ihre Freunde, betroffen von dem Ereignis, benachrichtigten den Bruder in Athen und kümmerten sich da nicht weiter um die Der Bruder begab sich bei seiner Ankunft in England unvorsichtiger Weise in die Gewalt Letimers und seines Kumpans eines gewissen Wilson Kemp, der ein Mann von übelstem Ruf war. Die beiden fanden sehr schnell heraus, dass er durch seine Unkenntnis der englischen Sprache hilflos war und sie hielten ihn gefangen, um ihn durch grausame Behandlung und Hunger dazu zu bringen, dass er ihnen durch seine Unterschrift sein und seiner Schwester Vermögen vermachte. Sie hielten ihn im Haus, ohne dass das Mädchen etwas davon wusste und das Pflaster kreuz und quer über seinem Gesicht sollte verhindern, dass sie ihn erkannte, wenn sie ihn zufällig zu sehen bekam. Mit weiblicher Intuition aber durchschaute sie sofort die Maskerade, als sie ihn beim Besuch des Dolmetschers zum ersten Mal erblickte. Das arme Mädchen war selber eine Gefangene. Denn niemand lebte in diesem Haus als ein Mann, der als Kutscher fungierte, mit seiner Frau, und beide waren sie Werkzeuge der Verbrecher. Als die Schurken erkennen mussten, dass ihr Geheimnis gelüftet war, und dass der Gefangene sich nicht zwingen ließ, ihnen zu willen zu sein, flohen sie mit dem Mädchen, kurze Zeit bevor wir an dem Mann, der ihnen getrotzt hatte, und an dem, von dem sie verraten worden waren. Einige Monate später erhielten wir einen seltsamen Zeitungsausschnitt aus Budapest. Er besagte, dass zwei Engländer, die mit einer Frau auf Reisen gewesen seien, ein tragisches Ende ereilt habe. Beide seien erdolcht worden, und die ungarische Polizei nehme an, sie hätten miteinander gestritten und sich dabei die tödlichen Verletzungen zugefügt. Holmes in Des, glaube ich, war anderer Meinung und ist bis heute davon überzeugt, dass sich, wenn man das griechische Mädchen auffinden könnte, herausstellen würde, wie das Unrecht, das ihr und ihrem Bruder widerfahren war, gerecht wurde. Deine hat an